Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Weiter geht's! Verweiste Gruft? Okay! Ah ja, jetzt weiß ich ja, was kommt. Das wird jetzt lustig. Und das meine ich wirklich. Der schwelende See. Da ist eine riesige Bazooka. Nehmen wir Bazooka? Ballista. Au! Die einen permanent abfeuert. Und dahinten ist ein Riesenwurm. Riesenwurm. Oh, die Dätscherbe kann ich gebrauchen. Schnell! Erstmal wird das hier kaputt gemacht. Komm her, schieß! Dahinter ist nämlich ein Ring. Den will ich gerne haben. Au! Hier liegen noch mehr Sachen. Übrigens. Wenn man das richtig uptimed, kann man die ganz gut ausweichen. Da hinten sind schon wieder diese Krabben. Aber erstmal kümmere ich mich um den hier. Bezeihe, hier. Oh, Moment. Da war ja noch was. Funke, Titanite. Verdammt. Und weg ist er. Heißt, ich muss ja noch mal irgendwann hin. Hi. Heilen. Mach doch nicht immer den gleichen. Der macht immer den gleichen Trick. Was soll das? Au. Der will den Schild. Große, ziehen die Dätscherbe. Das ist gut. Und noch eine große. Das ist auch gut. Könnte es anscheinend jetzt auf Level 6 bringen. Die Waffe. So. Blöde Ballista So, Ballista, jetzt brauche ich dich Da hinten ist zwar noch ein Chaosstein, aber das brauche ich nicht Au Hat er mich noch erwischt? Ja, chaotischer Edelstein Da liegt da oben auch noch einer Aber, ja, nicht so wichtig, dieses Teil Hier liegen auch ein paar Teile in der Lava Das werde ich mir nicht holen Mir dich wollte ich jetzt noch nicht holen Backstep Au Da war ich zu übermütig Ich muss daran denken, dass das mehrmals trifft Achso, die Dämonenforst habe ich ja auch noch Habe ich ja ganz vergessen, dass ich die noch habe Au Blöde Ballista Diesmal schaffe ich es Ich glaube, das Teil ist jetzt wieder da Weil ich ja gestorben bin Ah, schnell genug Deswegen war ich da hinterher Zieh da nie den Brocken Eigentlich kann der Tod mir gerade recht gelegen Da muss ich nicht extra teleportieren So, wieder zur Abkürzung Jetzt ne Invasion So, die Seelen habe ich wieder gesammelt Ich warte drauf Okay, du kommst da her Nicht möglich, gut Du, das willst du wirklich tun Ow Verdammt, Übermütigkeit. Übermut tut selten gut, sagt man. Und das stimmt. Es liegen da unten 7000 Seelen. Die will ich schon gerne haben. Wenn ich sie auf jeden Fall haben will, ist da hinten die... Au! Okay. Das kam unverhofft. Okay. 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 Äh, was ist hier los? Okay. 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 Das war ein bisschen merkwürdig. Wurde getroffen, bevor es angezeigt wurde Au! Schon wieder diese verdammte Ballista Haha, daneben Ich bin da weg, ich bin da weg Backstep, das wollte ich Nein, kein Toxic Ich sehe nichts Nimm das Danke dafür Na Bin vergiftet Inversion nicht möglich, gut Das hier ist doch eine Du kommst hinterher Du willst das wirklich? Oh, große Das hier wäre jetzt nervig Diese Teile da Ja, das Teil ist tot Hoffe es Was ist jetzt los? Ich wäre andauernd beschworen Aber erst mal der Blaue Wo ist der Blaue? Ah Hm? Du willst parieren? Und noch ein Verhandlung Wachhund Oh, das macht viel Schaden Warum war der eine Als Rot Als Gegner Gekennzeichnet Fernsehwachhund Ich war doch selber ein Fernsehwachhund Oh, der ist weg Gut, 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 gut Das braucht aber ein bisschen Irgendwie Magie Komm runter Schon wieder Wie oft wird man jetzt beschworen Auf jeden Fall Eins ist nicht tot Der Multiplayer Von Daxos 3 Es gibt immer noch genügend Spieler Wie man sieht Er ist schon wieder Ja, das ist schon wieder Was war das denn jetzt? Wodurch bin ich gestorben? Kommst du runter? Au. Au. So. Noch einer runter, bitte. Und der letzte. Nicht auf mich. Wer ist der Scherbe? Yay. Schon. Schon wieder. Ich sollte mal, glaube ich, eine andere, einen anderen Covenant nehmen. Ich will ja nicht andauernd die gleichen, ich weiß ja die Namen, invasieren. Ich meine, die gleichen invasieren ist öde. Ich kann ja immer zwischendurch mal was invasieren, aber nicht dauernd. Ich werde da. inters Ach, du heilst dich? Dann darf ich mich auch heilen. 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 Und ich muss daran denken, am Ende, habe ich gerade herausgefunden, am Ende ist ja dieser komische Combo noch. noch. Auf jeden Fall war das jetzt ein anderer, den ich duelliert habe. Moment. Du willst mir denn tatsächlich folgen? Na, komm her. Komm her. Hätte ein bisschen schneller sein sollen. Na, komm. Na, was gibst du? Kleine Nilscherbe? Okay. Feuerbahn schreien. Ich habe hier noch was abzugeben. Und zwar eine, ja. Erst du Scherbe. Und ein bisschen was aufzuleveln. Wie viel? Doch, 5000. Ich habe 3000. Na. Und Titanitbrocken. Hehe, und schon macht das wesentlich mehr Schaden. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.